Ei Gude und herzlich willkommen zurück zu Smallland. Ich bin der Typ mit dem Bart und heute schwingen wir mal wieder den Bauhammer. Ja Freunde, denn in der letzten Folge bin ich ja umgezogen hier auf meinen ganz privaten, super geilen, mega tollen Baum-Bauplatz. Und wir haben das mittlerweile auch Multiplayer nachgezogen und auch der Gude Robin war auch da ziemlich begeistert von gewesen, von diesem System. Also ich bin nach wie vor noch absolut happy damit und habe jetzt einiges schon rüberholen können von meinem alten Standort und habe mir das quasi hier mal ein bisschen neu aufgebaut. Wie das aussieht, werdet ihr gleich sehen. Ich bin gespannt, euch das zu zeigen. Und ja, also was steht denn heute an? Wir müssen noch ein bisschen Zeug rüberholen, denn ich habe noch nicht alles geschafft. Das soll aber nicht das Problem sein. Eventuell nochmal ein bisschen Rinde fahren, denn die ist sehr, sehr zusammengeschrumpft. Und dann möchte ich tatsächlich mal loslegen und mich zum anderen Questgeber bewegen, beziehungsweise habe ich auch noch den Kampf gegen diesen ollen Nashornkäfer auf dem Zettel. Auch wenn ich das letzte Mal schon gesagt habe, ich gebe das auf, weil die Rüstung nicht passt, aber eigentlich nervt mich das total, dass ich den nicht umgehauen habe. Und entweder machen wir es in der heutigen Folge oder wir machen es in der nächsten Folge. Aber ich werde den, genau, ich werde, ich sage euch das jetzt so, ich werde den nochmal angehen, weil es muss ja auch so funktionieren. Und da ich ja jetzt mittlerweile auch einen Apothekertisch gebaut habe, kann ich mir wohl auch die in einen oder anderen Trank machen. Aber ob wir das heute alles schaffen und was wir davon schaffen und was wir genau machen werden, das werdet ihr nach einem kurzen Intro erfahren. Bis gleich. So, und pünktlich zum Sturm kommen wir hier an und ich würde sagen, ich lege mich aber erstmal kurz knacken. Ja, vielleicht können wir den Sturm einfach wegschlafen. Und ihr könnt ja hier schon so den ersten, den ersten Wurf sehen. Guck mal hier, ach, hier, herrlich, oder? Ist das geil? Weil, direkt aus dem Bett raus. So, wir gucken uns erstmal hier drin um. So, das ist erstmal so meine neue Unterkunft. Und ich hatte ja gesagt, ich habe schon ein bisschen aufgestellt. Die Kisten sind ja noch weitestgehend leer. Die stehen draußen noch. So, dann habe ich hier oben noch so eine Etage hingebaut, um dann eventuell auch noch Lagerraum oder, ach, keine Ahnung. Ich wollte es einfach ausprobieren. Und hier geht es dann quasi in mein, naja, Türmchen ist es jetzt nicht unbedingt. Aber es ist nochmal so ein oberstes Obergeschoss. Da geht es hoch, genau. Und wahrscheinlich werde ich mein Schlafgeschoss, beziehungsweise mein Bett dann hierher verlagern. Und genau, so sieht das Ganze aus. Hat echt irre viel Spaß gemacht. Ich finde das mega geil mit diesen halbrunden Wänden, die man hier aufstellen kann. Das ist nochmal, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Also als das, was man so aus Wallheim kennt. Da kannst du das, wenn überhaupt, nur eckig machen. Das kannst du hier genauso machen. Aber hier kann man nochmal, das ist nochmal ein ganz anderer Aspekt, äh, ja, genau. So, äh, jetzt habe ich hier genug rumgefaselt und gestottert. Wir gehen einfach mal raus vor die Tür und schauen uns das nochmal an. Wie das von außen aussieht. Und das ist der ganze Bau erstmal von außen. Ja, ist erstmal nichts Besonderes. Wie gesagt, ich bin da noch am, am Ausprobieren und am Tüfteln und am Machen und am Tun. Dann grab mal einen Schluck aus der Kaffeetasse. Und, äh, man hat ja auch die Möglichkeit, äh, die, die Bauteile irgendwie nochmal um ganz andere Achsen zu rotieren. Da werde ich mich auch nochmal ein bisschen auseinandersetzen wieder damit. Aber so für den ersten Wurf fand ich das völlig in Ordnung, ja? So, äh, dass die Fundamente nicht direkt auf dem Boden aufliegen, das war auch Absicht. Ich finde diesen Look einfach mega geil. Mit diesem verschnörkelten, geästelten und so. Und, äh, der Stabilität tut es ja auch keinen Abbruch. Apropos Stabilität. Also, ich habe hier noch nicht wirklich was gefunden, wo ich sage, äh, wenn du so und so baust, bricht dir der Scheiß zusammen. Ja, also, so wie man es halt in Walheim kennt. Diese unterschiedlichen Farbabstufungen, äh, wo man sieht, wie stabil das Ganze noch ist. Wenn ihr da schon ein bisschen mehr Erfahrung habt oder vielleicht schon was rausgefunden habt, dann lasst mich das gerne mal wissen. Das würde mich nämlich mal interessieren. Bevor die ersten gleich schreien. Ich weiß, die Fackeln gehen draußen kaputt, wenn sie nicht geschützt sind. Auch hier dieses Geländer und so weiter. Äh, da werde ich noch ein bisschen nachbessern. Da kommt noch ein Dach drüber. Das war so der Plan, äh, ob ich das heute schaffen werde. Keine Ahnung. Sehen wir dann. Wir stiefeln jetzt erst nochmal los, denn ich glaube, ich habe einfach Mords Hunger. Äh, muss gerade mal gucken, was wir hier in den Kisten noch haben. Ich trage mittlerweile auch meine Winterrüstung, ja. Also, ich bin jetzt wieder etwas anfälliger für, für Schaden. So, die räumen wir erstmal leer. Und dann fangen wir erstmal kurz an, hier drin die Sachen einzusortieren. Also nochmal grob. Äh, hier machen wir die Steine rein. So, das ist ja auch so ein Nagel, so ein Stern hier auch noch, diesen Stein, jeden Stein. Hier haben wir dann mal das Holz rein. Und das kommt da rein und das kommt da rein. Und die Rinde kommt auch da rein. Das ist alles, was ich an Rinde noch habe. Und ich war zwischendurch nochmal fahren, ne. Also, das geht hier weg wie geschnitten Brot. Äh, genau. Die Pickaxe, die muss ich nochmal reparieren. Ich glaube, da brauche ich, äh, blöd. Blöd, jetzt wieder einfach alles rausgeräumt. So, aber da kommt hier solches Material rein. Hier machen wir mal diesen ganzen Insektenkäferquatschgedudel. Äh, da machen wir... Das ganze Gedärmen und Gewürmen und Glärsch. Und hier kommen Pflanzenteile und sowas rein. Äh, genau. Wenn das da reinkommt, dann kommt das hier rein. Das gehört nämlich auch dazu. So, ich habe mal diesen Vorbereitungstisch gebaut. Und habe festgestellt, er sieht gut aus, aber das war es dann auch. Mehr macht er nicht, ja. Also, da gibt es wohl auch noch ein bisschen, äh... Ich weiß nicht, ob da irgendwie nochmal eine Funktion reinkommen soll. Oder ob der einfach nur toll aussehen soll. Schauen wir mal. Wäre ganz cool, wenn man das irgendwie auch noch als... Ich glaube, das wird sogar gemacht nicht doof, ne? Äh, genau. Als Deko. Steht ja auch großartig da. Deko. Ja, aber zumindest hier an diesem... Auf die Stühle kann man sich setzen und, äh... Ja, gut. Es ist halt... Es sieht nett aus, aber... Ob es das unbedingt braucht, kann man mal so im Raum stehen lassen. So. Ähm... Es wird unbedingt Zeit, dass wir mal Knoblauchblatt finden. So. Hier wollen wir kurz gucken, was wir hier noch herstellen können. Äh... Giftwiderstandsgebräu. Und, äh... Gesundheitselixier. Nektar, Blütenblatt, Saatenöl. Ah, wir brauchen Saaten. Ohne Ende Saaten. So, Wilderdbeeren und, und, und. Ah, ja. Ah, ja, Freunde. Äh... Gerade mal kurz gucken, was brauche ich, um... Äh... Die Feuersteinspitzhacke, Feuersteinholzfasern. So. Äh... Aber das hier, die Fasern und Feuersteinspitzhacke... Feuerstein brauchen wir auch noch mal ein Stückchen. Dann können wir das mal eben reparieren hier. Ne, reparieren wollte ich es doch. Was mache ich denn hier? Genau. Das war teuer jetzt. Aber es hat sich gelohnt, denn ich hatte ja auch, äh... Jede Menge Rinde damit noch gefahren. Jetzt stellen wir uns gerade mal ein paar Verbände her. Ich finde es immer so doof, ohne Verbände rumzulaufen. Meistens endet das in der Katastrophe. So. Dann packen wir das gerade eben wieder zurück. Und dann rennen wir nochmal runter zu unserer ersten Base. Äh... Da kommt das sonst. Ne, Quatsch. Ich hab's fallen lassen. Warum lass ich das immer fallen? Ich verstehe das nicht. Äh... Das kommt da rein. Das kommt da rein. Warte ich's Harz. Harz machen wir hier rein. Genau. Die Käfer und Lymphen nehmen wir mit. Die können wir nämlich unterwegs auch noch snacken. So. Und ich trage die gepolsterten Armschieben. Die gepolsterte Brust. Und die gepolsterten... Und ich bin kurz vorm Verhungern. Und keiner sagt was. Der macht ja nur acht. Warum hab ich den dann überhaupt dabei? Den scheiß Giftpilz. So. Davon noch einen. Von der Käfer-Lymphen. Und dann wollen wir mal wieder runterflitzen. So. Wir haben ja übrigens einen Multiplayer am Freitag festgestellt. Ja. Ich will hinab. Ja. Ganz sicher. Äh. Spinnen. Also Wolfsspinnen. Kein Problem. Und dann gibt's aber auch noch schwarze Witwen. Und die waren tatsächlich ein Problem. Also da braucht man dann unter anderem auf jeden Fall die Verbände. Und die vergiften halt einen auch. Und da brauchst du halt auch wirklich diesen Giftschutztrank. Also das ist, also mit Spinnen anlegen ist glaube ich, ähm, so semi-gut. Kann man machen, kann aber durchaus echt wehtun. Also wie gesagt, diese Wolfsspinnen sind noch relativ verträglich. Die tun einem nicht so viel. Aber schwarze Witwe, das war schon eine Nummer. Und da sind wir auch, äh, mein Stream-Kollege, der Robin und ich, sind da auch echt böse verreckt. Jetzt muss ich auch wieder ein bisschen aufpassen. Weil da gibt's nämlich wieder auf die Fresse. Du sollst aufstehen, du doof. So, wir müssen ein bisschen Mohn ernten. Denn wir brauchen Saaten und Blütenblätter. Für die Tränke. Das gehört halt nochmal leider dazu. Und der Vorteil ist ja jetzt auch, äh, wenn man sich erstmal diese Base da oben auf dem Baum gebaut hat, ne. Wenn man dann, äh, umzieht in ein anderes Gebiet, kann man die einfach mitnehmen. Beziehungsweise indem man den anderen Baum dann beansprucht. Funktioniert das ganz gut. Da hinten ist schon wieder so ein scheiß Stinkelkäfer. Die nerven mich so brutal ab. Dann, 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 dann. So. Den nehmen wir noch. Und dank der gepulsterten, gepulsterten Schienen, die ich trage, oder Klamotten, die ich trage, äh, tut das auch mit dem Wetter nicht so unbedingt, äh, der ganzen Geschichte, ein Abbruch. So, ihr seid hier am Diskutieren. Äh. Einfach mal ausgenutzt. So. Äh. Wir wollen die Erdbeeren hier noch mitnehmen. Weil da können wir ja auch Tränke draus brauen. Ganz wichtig. Aber ich muss schon wieder aufpassen, dass ich nicht abschweife, denn ich wollte eigentlich in die andere Butze zurück und wollte da noch Zeug holen, ne. So. Aber die waren einfach viel zu verlockend, um die jetzt hier stehen zu lassen, wenn man weiß, dass man daraus Tränke brauen kann. Dann macht man das natürlich. So. Jetzt gehen wir aber mal zurück zur alten Hütte. Äh. Ein Maikäferchen. Also ich hätte mir auch so Maikäfer zählen können und den als Umzugslkw missbrauchen, aber ich habe mich dann dazu entschieden, das Ganze, äh, so nicht zu tun, sondern bin einfach immer von A nach B gelaufen, immer hin und her. Das hatte ich ja dann auch komplett offscreen gemacht. Hat für mich einfach am meisten Sinn gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal gucken, ob wir das Gelehrsch hier noch mitnehmen können. Genau, den nehmen wir auch noch. Peng, puff, kaputt. Das ist noch wertvolle Rinde, die wollen wir natürlich nicht vergeuden. Äh. Das können wir eigentlich mal so stehen lassen hier. Wobei wahrscheinlich wird es sowieso irgendwann verrotten. Und zack, hast du wieder jede Menge Material zusammen. Höhöhö. Und zack, liegt die Hälfte daneben. So habe ich mir das natürlich gedacht. Musst du ganz schnell zerstören, drücken und dann gleich die F-Taste hinterherspammen. Sonst liegt es nämlich unten und du kriegst es nicht mehr. Oder musst du hinterherspringen. Aber wer will denn das schon? Ja. Genau. Hier wird es dann wahrscheinlich genauso beschissen werden. Okay. Ja, genau. Das knallt natürlich jetzt alles runter. Das heißt, wir holen das irgendwann anders mal ab. So. Was haben wir denn hier noch? Das Feuerchen, ne? Nehmen wir mit. So. Die nehmen wir auch mit. Wobei, das sind ja Fundamente und Holzböden hier. Die dürften ja eigentlich gar nicht kaputt gehen. Nein, nein. Komm, 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 komm. Scheiße. Weg. So. Komplett abgeräumt. Einfach komplett abgeräumt. So sieht es aus. Ah, soll von mir aus da unten liegen bleiben. Ist jetzt auch nicht so der Riesenverlust. So. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. Ja. War schön hier. Hat echt Spaß gemacht. Aber. Zelte abgebrochen. Und. Zurück geht's. Der Winter schon wieder vorbei. Ich verstehe das manchmal nicht, ne? Also. Auf einmal ist Winter. Und es hat geschneit. Und. Also. Ich weiß nicht, ob das mit den Jahreszeiten noch nicht so ganz hinhaut. Aber manchmal ist das schon sehr komisch, ne? Da oben ist noch Mohn. Den nehmen wir auch noch mit. Weil wir brauchen ja die Saaten. Ah, 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 ah. Warum denn so aggro? Ich hab doch echt nichts gemacht. Das verstehe ich manchmal nicht. Warum sind die so aggro? So. Das haben sie jetzt davon. Das haben sie jetzt davon. Wollte eigentlich ganz cool mit dem bleiben. Aber nein. Oh, hier gibt's noch Honig. Das haben sie jetzt. Ich habe sie jetzt in der Mitte. Ich habe ja schon ein paar Mal überlegt, mir hier noch einen extra Zugang hinzusetzen. Also hier ein paar Stufen hinzubauen. Aber irgendwie... Ich weiß nicht. Braucht man? Braucht man nicht? Nö. Geht ja auch so. Also man kann ja auch hier so rumhüpfen, ne? Oder auch nicht. So. So, mein Freund. Bitte einmal hoch aufs Dach. Ins Penthouse. Ich muss mal gucken, wo ist denn der überhaupt? Das ist da hinten, ne? Alter. So weit weg. Ich finde es total geil. Ich finde diese Architektur, ich finde das so schön gemacht. Auch mit diesen Schindeln vom Dach. Finde ich richtig gelungen. So. Äh, was machen wir denn? Das und das. Achso, wir können ja... Können wir noch irgendwas bauen? Wollte ich nicht noch was bauen? Was fehlt denn noch? Ich glaube, die... Das Gär... Genau, die Gärberei fehlt. Die haben wir nämlich noch nicht gemacht. Wusste ich doch, da war doch noch was. Ah ja. Wisst ihr was? Wir machen mal hier das Bett weg. Machen wir so. Machen wir so und so. Dann können wir nämlich auch gleich nach oben ziehen. Und dann können wir die Gärberei nämlich hier in die Ecke stellen. Das dürfte eigentlich passen, ne? Alter, die braucht so viel Platz. Kommen wir mal so hin. Ja, ist ein bisschen, äh... Ja. Ach, was soll ich sagen, Leute? Es ist einfach so, wie es ist, ne? So, hier können wir noch ein bisschen Öl herstellen. Und dann können wir mal ein paar Tränke brauen. Das fehlt mir auch noch. Irgendwas, äh, wo man mal sagt, äh, irgendwie 30 anstoßen. Hier musst du tatsächlich für jedes Einzel... Für jedes Öl einzeln anklingen. Äh, oder überhaupt für jedes Teil, was du herstellen willst. Und dann musst du es auch noch immer spammen und kannst es noch nicht mal gedrückt halten oder so. Da kann man noch was machen an der Steuerung. So, was haben wir denn hier? Gesundheitselixier. Äh, Ausdauertonicum. Und was brauchen wir für ein großes Johannesbären? Äh, der einen anständigen Schub Energie gibt. Macht maximale Ausdauer 20. Ah ja. Und der macht maximale Ausdauer 30. Das ist Ausdauer, das ist Ausdauer und das ist Ausdauer. Hier kriegst du... Ah, okay. Da muss man aber auch erstmal durchblicken, ne? Wir stellen mal einen her. Oder zwei. Da brauchst du mehr Wilderdbeeren dafür. Okay. Äh. Äh. Ah, der macht es dann auf einmal, ne? Also das Gesundheitselixier macht es auf einmal nicht so wie die Verbände, dass die hochticken. Sondern hier rein. So, und was mich jetzt mal interessieren würde, Freunde, und das werde ich extra für euch ausprobieren, oder für all die, die es noch nicht wissen, ob es eine Abklingzeit auf die Dinger gibt. Indem ich jetzt einfach mal eine einschmeiße. So, den hat er sicher mehr ins Gesicht gegossen als alles andere. Und kann ich jetzt noch einen hinterher nehmen? Tatsächlich. Keine Abklingzeit. Wow. Da hätte ich jetzt aber was anderes erwartet. Da bin ich eigentlich eher von ausgegangen, äh, dass du hier, weiß ich nicht, eine Minute oder zwei oder so. Aber das ist ja, ist ja nice, dass das so geht. Finde ich ja gut. Okay. So, wir bauen oben noch das Bett hin. Das hatte ich ja gesagt. Das wollten wir sowieso machen. Ein Bettchen. Ein Bettchen im Erker. Finde ich total süß. Habe ich gerade süß gesagt? Nein. Doch. Ach, egal. So. Oder wisst ihr, was wir mal machen können? Das sieht doch bestimmt auch gut aus. Wenn man das hier so... Warte, wisst ihr was? Man kann doch hier so... Einfach mal so auf so einem Podest, ne? So ein bisschen. Das sieht ja scheiße aus. Wieso? Das verstehe ich nicht. Warum ist... Ach, egal. Ihr wisst was? Ihr seht es auch gerade, ne? Also hier vorne kriegst du angezeigt die Balken. Und hier, wenn ich das einmal um 180 Grad gedreht habe, hast du das von der Seite. Also das ist ein bisschen doof gemacht, ne? Naja, komm. Ach, komm. Oder muss ich das dann komplett drehen? Mit dieser Funktion, die es da im Spiel gibt. Das werden wir jetzt erstmal nicht rausfinden. So. Aber das finde ich eigentlich ganz cool hier. Wo ist denn jetzt... Bett? Hallo? Jetzt habe ich kein Holz mehr. Das ist ja doof. Gib mal... Gib mal Holz für Bett. So. Mein Bettchen. Und jetzt baue ich mir noch... So war es davor. Kann man das übereinander machen? Äh... Kann man das übereinander machen? Ne, aber so. Na, das sieht ja doof aus. Ein Sturm zieht er auf. So. Habt ihr eigentlich meine geilen Deckenleuchten gesehen? Das sind die Fackeln. Die ganz normalen Standfackeln. Und die habe ich, äh... Einfach gedreht. Denn wenn ihr mal guckt hier... Jetzt werde ich wahrscheinlich keine herstellen können. Äh... Ihr seht es ja selber. Und wenn ich jetzt R gedrückt halte, dann habt ihr hier die Möglichkeit... Habt ihr hier nochmal so ein, so ein, äh... Äh... Ding, wo ihr einfach um 180 Grad drehen könnt. In alle Richtungen. Auf der X- und auf der Y-Achse. Das ist halt auch sehr geil. Oder ihr könnt es auch komplett auf den Kopf drehen. Ja? So in der Richtung dann. Und dann könntet ihr das rein theoretisch hier so unter die Decke machen. Wenn ihr einen Punkt findet, wo es hält. Ja, das habe ich halt hier gemacht. Das fand ich halt sehr geil, ne? So, jetzt haben wir schon wieder so ein Scheißwetter. So ein Scheißsturm. Na gut. Dann werden wir den Sturm einfach mal skippen, indem wir einfach die Folge hier beenden. Und dann in der nächsten Folge weitermachen. Also, äh... Ich habe mir fest vorgenommen, für die nächste Folge dann nochmal den Nashornkäfer anzugehen. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Und hat nicht so einen großen Einfluss drauf. Wir werden es ja sehen. Äh... Ich werde mir wahrscheinlich da unten auch nochmal ein Bett hinstellen. Und irgendwie noch eine Kiste. Und, äh... Wo ich dann halt immer direkt spawnen kann. Wir werden sehen, wie das ausgehen wird. Ich möchte mich auf jeden Fall fürs Zuschauen bei euch bedanken. Äh... Hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Und, äh... Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Gebäude hier findet. Und, äh... Was ihr vielleicht noch so für Tipps habt. Bautipps. Was man hier noch machen kann. Was ihr vielleicht gemacht habt. Oder kommt gerne bei uns auf den Discord. Und postet da mal, äh... Eure Bauwerke. Würde mich auch interessieren. Denn, äh... Ich glaube, das Bausystem hier, das hat echt Mordspotenzial. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen, äh... Was haben wir heute Montag? Ach, ist Ostermontag. Genau. Einen schönen, äh... Restlichen Feiertag. Bis demnächst. Tschö. Mit Ö. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal.